Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nicht wundern wegen der Tonqualität. Ich nehme das Ganze jetzt gerade hier um 6.31 Uhr morgens in der Früh auf und bin gerade nicht zu Hause. Deswegen nicht wundern. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Gutschein-Code. Das Ganze werde ich jetzt auch direkt hochladen. Also habt ihr, denke ich mal, auf jeden Fall einen guten Morgen. Und zwar... Und ja Leute, hier seht ihr den Gutschein-Code. Prince of Persia ist der Gutschein-Code. Also so, wie ganz normal auch der neue Held heißt. Ja und wenn wir dann ins Spiel zurückgehen und auf Mail-Postfach drücken, haben wir hier 500 Diamanten, 500 Staub und 500.000 Goldmünzen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Also ist auf jeden Fall ein Code, der ist auf jeden Fall in Ordnung. Leute, dann würde ich sagen, da wir gerade durch den Code noch auf die 5.000 Diamanten gekommen sind, würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, ob wir hier im Sterndeutungsraum die Zwillinge bekommen. Und geil, immer wenn ich die Aufnahme starte, bekomme ich hier etwas aus dem Sterndeutungsraum. Also für mich persönlich schon mal ein sehr, sehr geiler Freitagmorgen. Ich hoffe, euch geht es genauso und ich freue mich auf jeden Fall, jetzt auf jeden Fall das Video für euch hochzuladen. Und damit ihr den Gutschein-Code habt, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, schönen Nachmittag oder schönen Abend, wann ihr auch immer das Video schaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.